Können wir das Gestrüpp nicht einfach begraben? Nein. Ich dachte, wir machen ein Remake. Das ist wie Unkraut. Ich dachte, wir machen jetzt in diesem Sommer ein Remake. Das hätten wir im letzten Sommer machen müssen. Am besten auch auf so einer freien Fläche. Hätte bestimmt gut gefunktioniert. So ein kleiner Funke fliegt daneben. In Wirklichkeit der Moorprand in Meppen, das waren wir. Ja, das war eine Sache. Ja, wir hatten ja eigentlich auch... Wir hatten ja den Auftrag zu testen, wie fähig die Bundeswehr ist. Die haben unser Projekt mit einer Hellfire-Rakete abgeschossen. Es war zu gefährlich. Die Waldbrandgefahr davon war einfach zu groß. Deswegen mussten sie es zerstören. Gut, das hat den Waldbrand erst ausgelöst. Oder den Moorprand. Aber wir waren nicht schuld. Das konnte ja keiner ahnen. Das konnte keiner ahnen. Das Wald brennt. Ich habe ja auf dem Postilion gelesen, das Ganze soll eigentlich nur zum Vertreiben von den Taliban sein. Und tatsächlich haben sie die letzten Taliban, die sich im Moor verstecken, die haben sich auch ergeben... Aber nicht so scheiße. Heavy-Antitanks. Weil Heavy-Antitanks. Jetzt seht ihr mal den Jagdpanther. Ist doch schön. Kriegskotzen. Wir spielen noch staged. Ich will nicht mehr Kutosh. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich bleib gleich noch bald drin. Ich hab's nur drei Minuten zu dir. Ich möchte kurz eine Sache anmerken. Keiner hat diesen Wortmits eben gerade mitgekriegt. Ich finde mich jetzt echt... Ja, wie ein Wortmitsignorierer. So funktioniert das nicht. Ihr müsst dann schon sagen, dass der scheiße war. Entschuldigung, aber gerade war da drüber, dass wir eher abgepackt sind von der Map. Kann ich auch nix für. Aber wir können jetzt endlich mal Heavy-Antitanks spielen. Alter, ich geb dir gleich Heavy-Antitanks. Wieso hast du keine Schwammbein genommen? Weil wir O2 ergreifen. Fahr nach links. Ich fahr erstmal mit euch. Ich fahr nach links. Ich fahre weiter. Mein Führer, wo soll ich hinfahren? Ach, rückwärts. Okay, rückwärts. Da sind aber auch Bäume. Und jetzt rechts vorwärts. Rechts vorwärts? Okay, rechts vorwärts. Genug rechts. Okay. Oh, das hat sogar gepasst. 2 Grad nach rechts. Okay. Wenn du das hier... Wenn du das schaffst, hier durch zu manövrieren, ohne dass er einen Fall baut, dann bist du gut. Ich lasse ihn einfach gerade ausschauen. Und das funktioniert. Nein! Okay, wir steigen aus. Okay, wir steigen aus. Das Funktion... Nein! Das Funktion... Ja wäre auch gut. Fuck. Nein. Das Funktion... Nein, oder? Nee. Das ist so an Sinne gerichtet. Dummes Arschlo... Alter. Hatte mich direkt Lowlife geschossen. Nein, 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 nein. Gut, dass die Panzerfaust noch nicht wieder da war. Monga. Wie so ein angestacheltes... Fick dich. Danke. Wie ein angestacheltes... Fick dich. Okay. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh komm. Das fick dich. Den ganzen Tag. Das stachelt andere Leute an. Den, den, den das... Kannst du dich mal einem klaren Platz ausdrücken. Wir stecken. Und wir verlassen das sinkende Schiff. Das sinkende Schiff ist gerade schon... Hat ganz schön spackische Störungen hier. Guck dir das mal an. Guck dir das mal das rechte Rad an. Das ist kaputt, das rechte Rad. Siehst du, das ist kaputt. Ja, das ist kaputt. Das ist kaputt. Du bist ein Arsch. Mein Führer, ich brauche Anweisungen. Du kriegst jetzt ein HE ab. Aber wie komme ich hier? Ich weiß nicht, in welche Richtung ich bin. Du gehst zu Ort nebenan, dass er sich vor meine Kanone stellen muss. Ich komme, mein Führer. Oh Gott. Ich komme, ich komme, ich komme. Bleib stehen. Bleib stehen. Okay. Fuck. Verreckt. Verreckt. Fuck, 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 fuck. Aber der überlebt auch noch die Scheiße. Naja, zumindest den einen habe ich überlebt. Dann kam das Panzer. Dann kam das Panzer. Das Panzer. Das Panzer. Seneng, willst du richtig schön viele EP haben? Ja. Fang mal an zu reparieren bei mir. Okay, ich komme. Jetzt, Marco, muss er schön fahren. Keine Ahnung, wo ist der Spasti? Wir wurden getroffen. Nein, bitte schön, kannst weiterfahren. Das geht nicht. Reparierer. Ich fahre mal kurz zurück. Geh mal kurz an die Seite, bitte. Reparierer. Reparierer. Reparierst du wirklich mich? Ja. Lol. Er fühlt sich nicht repariert. Ja, irgendwie nicht. Spastik. Ja. Immer so ein Spastiker, der da hinten steht. Und immer so ein bisschen nachlenkt. Ja. Super. Ich bin tot. Ne, mein Problem. Weil einer nicht repariert hat. Oder die anderen beiden blockiert haben, die Wichser. Gissel, was machst du da vorne? Dann nutzt du der Welt nicht. Ähm. Der Panzer hat einen Platten. Wer? Der Panzer hat einen Platten. Ja, der ist irgendwie so abgesagt, als hätte er einen Platten. Dann ist er put. Hat er auch einen Plattenvertrag? Kann ihn bitte jemand töten. Sending, brauchst du Medic? Nein. Nein, du reparierst. Uhu. Du schießt mit deinem P's? Ich werde hier auf Platz 1 kommen, nur weil ich Panzer repariere. Vermutlich. Ich habe Medic, aber ich bin auch gleich tot. Hier liegt ein Medic-Cat. Mann, ich will da nur Panzer fahren. Ich bin auf Platz 2. Wir könnten natürlich auch mal wirklich aktiv wieder irgendwas spielen. Wir könnten ja Richtung O1 eventuell. Nein, ich muss reparieren. Dann repariere ich jetzt auch. Aber Alex, du musst doch O2 einnehmen. Nö. Ich finde ja nicht, dass du noch Punkte kriegst. Ich bin auf Platz 1. Jetzt hole ich auf, mein Freund. Aber du bist negativ. Ach, das ist mir egal. Ich spiele mit Gissel. Arschloch. Ich bin neutral. Zinning, du warst für einen Panzer zuständig. Der raucht. Entschuldigung, der ist auch die ganze Zeit im Kampf. Ich habe hier gerade schon 130 EP. Guck mal, jetzt bin ich ja da. Ich habe schon 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hast du Mechaniker Gold? Ne, habe ich gerade nicht dabei. Siehste, deswegen... Alter, der ist so hart am Abkratzen gerade. Sag ich doch. Die Spannung, wird er überleben oder muss er sterben? Sehen Sie das heute große... Größte Spektakel des Jahrtausends. Schlag den Panzer. Mit Elton. Sind ich gerade pro Sieben-Winterspieler etwas reparieren? Keine Ahnung, der Panzer ist auf jeden Fall echt am Abkratzen. Hm, heiß hier. Ach, ja. Ja, bei mir. Aua. Das Beste ist, der ist echt hart am Abkratzen. Und bei seinem Kollege daneben, der guckt halt. Guck mal, hat schon wieder einer gefressen. Ja, der ist bei einem Balken. Das ist Mr. 1-Balken-Mann. Ich bin schon bei gleich 100 EP. Mr. 2-Balken-Mann. Ah, okay. Alex, holt auf. Ich bin Balken-Mann. Ich werde immer zensiert. Ah, guck mal, wie schnell du den Schlüssel verwenden kannst. Ja, schneller. Guck mal. Zack, 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 zack. Das Wichtigste ist aber das hier. 120. Na, 30. Welcher? Na, 30. Ach, Alter. Plus halt noch die 30 EP-Unterstützung für Panzer, ne? Alex, ich mach's mir jetzt einfacher. So, ich leg mich zurück. Mir egal, Jungs. Ich drück doch nicht die ganze Zeit in den Bauchstaste. Stimmt, Enter. Was willst du denn da hinten? Das ist unser Panzer. Piss dich. 150? 52? 53? So. Nächster Panzer. Da oben auf den Haus. Was? Da war ein Name auf den Haus. Ach, da oben auf dem Haus. Ich hab irgendwas mit... Nein, da oben ist ne Laus. Da oben ist ne Laus. Ähm, wir haben ein kleines Problem in der Mitte. Wo? Das meine ich nicht. Ich meine das hier. Rechts. Wo? Alex, das ist eine Aufgabe. Mich zu überschütz. Ich hab den getötet. Versperrt. Ich mach euch ein Vorschlag. Mich da vorne abzuliefern. Abgelehnt. Wollen wir jetzt nicht mal einen der Punkte wieder angreifen? Oh oh, ich stecke im Moor fest. Das Problem ist... Ja, wir nehmen O3. Ich bin nicht da. Das Problem ist, ich will jetzt nicht die Punkte geben. Oh, du... Du musst auch mal... 2, 1, jetzt. Reparieren, reparieren, reparieren. Wie ist eigentlich der eine eben gerade geflippt? Der hat doch bestimmt 3 Minen abgekriegt. Egal. Ein Führer, wie gewünscht, greife ich an. Bitteschön. Er ist in diesem Metallgebäude. Sie sind beide in dem Metallgebäude. Einer rützt sich gerade gegen. Ohne Witz, wie viele Panzer stehen denn da zum Teufel noch eins? Hier reparieren gerade... Was zur Hölle ist... Vier Leute reparieren gerade einen Panzer gegen. Oh ja. Mein Körper, ich brauche ja auch noch Unterschätzung. Ich komme mal hier. Die können machen, was sie wollen. Das dauert ja noch ein paar Jahre hier. Äh, Temp, geh nicht zu Fuß. Hier sind viel zu viele Amerikaner unten. Ich gehe gerade zu Fuß. Ich merke es. Ich habe keine Schnitte gegen die. Die und ihre Propaganda, die holen hier Soldaten ran. Das glauben sie nicht. Wollen wir uns mal... Komm, 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 wir gehen mal zu, wir gehen mal, wir gehen am besten mal zu O3. Komm, wir gehen mal zu O3. Oder? Okay. Holst du mich ab? Nein. Taxi. Bestell ein Uber, meine Güte. Hadex, hol ihn ab, aber hat hier keine Kinder sitzen. Ich spawn bei dir. Guck, deswegen wollte ich nicht, dass... Sinnning, ich hol dich noch ab. Du willst mich hier abholen. Bist du on the run? Nein. Nein, ich kann nicht mehr bei dir spawnen. Hinter dir. Ja. Ich habe ihn. Das hat sich ja jetzt voll gelohnt. Ja, ich habe ihn hier gekriegt. Alex, hier oben. Besser, Mann, einsteigen. Ich bin schon alive. Still alive. Ja, einsteigen. Oh, 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 oh. Wir treffen uns bei O3. Ihr fahrt nach O2. Ihr könnt nix. Wir fahren nirgends vorhin. Okay. Danach geht es dann direkt nach O1. Istanbul. Nein, nicht Döner. Alter, fährt die 18 bis nach Istanbul. Oh, oh. Habe ich euch getroffen? Ja. Lol, wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist erriert. Ich kann nicht reparieren, das ist der falsche Soldat dafür. Ich habe nicht gedacht, dass ich euch treffe. Ich dachte, ihr kommt in einen Kübelwagen. Ja, das ist ein Kübelwagen. Jetzt ist es gut getan, ein Fahrzeug ist im Bein. Guck mal, jetzt stehe ich daneben und jetzt sieht das aus wie ein Kübelwagen-PC. Ein Kübel-PC. Da rennt. Da rennt. Gessen und ich fahren da schon mal durch O2 nach O3. Ey, du müsstest da mal auf den Boden gucken, da sind nämlich, glaube ich, Minen. Bei den Eingängen. Du sollst schießen. Wenn dann. Äh, ich werde mich garantiert nicht da oben hinsetzen. Weitere Schadracktor. Weitere Schadracktor. Weitere oben, weitere oben, rechts. Ja. Okay. Wow. Gib Gas, gib Gas. Ja, tu ich, tu ich, tu ich, tu ich, tu ich. Panzer. Bleib einfach am Leben. Der wird geknackt, glaube ich, oder? Wir werden beschossen. Ich weiß es nicht. Ja, der wird geknackt. Und dann. Links. O3, erfolgreich. Deineck. Du vollidiot. Endstation Grab. Immer auf dem Friedhof hier rum verwüstet. Ich komme nach. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ding stirbt, ist relativ hoch, oder? Ja. Nächst ein Nachkomme, er kommt nach. Halt die Schnauze. Hallo. Guck, so geht's uns mit dir. Weißt du, wenn das wirklich so schlimm ist, dann sollte ich das vielleicht in Zukunft echt lassen. Ach nee. Ja, bitte. Nee, 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 nee. So einfach seid ihr mich nicht los. Oh, oh. Alex, warum steht hier ein MC? Nein. Ist geklaut. Das ist ein Jackson diesmal. Der ist nicht geklaut. Doch, der ist geklaut. Nein, der ist nicht geklaut. Ja, geh mal hin. Ach du Scheiße, der ist nicht geklaut. Der ist geklaut. Dann schnapp dir eine verfickte Panzerfaust, meine Güte, und hau rein. Heute gibt's eine Panzerfaust für den Jackson. Das reimt sich nicht. Hier, da. Das ist eine Ding, Panzerfaust. Ich spamme schon E. Hab ihn. Das war die Glory Panzerfaust. Das war die Glory Fist. Oh Gott. Wohin? Du hier und ich nach O3. Okay. Und kleiner Tipp, stell dir am besten das Epic da hinten irgendwo ab. So tief vom Profi, ne? So tief vom Profi, ne? Du hast es gesehen? Ja, natürlich hab ich's gesehen. Warum siehst du sowas? Gründe. Alter Stalker. Ich hab hier aus meinem Turm. Der hat die Luke hier nicht gemacht. Das war wahrscheinlich Lucky Luke. Oh Gott, das tut weh, ne? Das soll das auch leider. Ich hab hier wieder. Hier ist nichts zu tun. So, wir suchen uns noch einen Job. Okay, Blowjob. Was sollen wir machen? Ähm, scheiße! Ach. Entschuldigung. Mann, wir verlieren das Ding. Ja, nur wegen dir. Ja, der Simon ist auch wieder drin. Der Schad... Schad... Schadstoff Simon. Der befragtet, dass das jetzt kommt. So, da gehen sie ein. Bist du denn eng? Warum? Alter, er war schon auf der Karre drauf. Er steht halt auf Karre, ne? Warum kann ich nicht in den Halbketten einbleiben? Weil es beschossen wird. Das ist ein mit dem anderen zu tun. Warum steht hier wieder ein Patzer auf der Seite? Ach komm. Nichts kriegt er hier, hier backen. Ah, das ist schön so ein Tricks-Map. Ähm, Elmatch ausgegeben. Tricks-Map. Ja, die Karte hat auch damit was zu tun. Gut, ich hab sie rausgenommen. Die Häuser sind meine Gorte. Ach, ich hab sie rausiconos. Exakt zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020